Wie sieht denn euer Tag im Trainingslager aus? Wir starten von 7.30 Uhr eigentlich schon mit dem Frühstück. Dann ist da noch schon die erste Einheit um zehn. Die ist dann normalerweise so eineinhalb Stunden. Natürlich direkt nach dem Training, Regeneration ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir halt Mittagspause und um 15.30 Uhr geht es dann weiter mit der zweiten Einheit. Und dann haben wir bis um 23 Uhr freie Zeit, aber für Behandlung, Massagen. Es hört sich an, als wäre es ziemlich hart, wie ihr trainiert. Es war nicht unser Anspruch und ist auch nicht unser Ziel gewesen, dass wir am Ende der Hinrunde dastehen, wo wir jetzt stehen. Wir haben viel zu arbeiten, viel zu verbessern und da ist jede Einheit sehr, sehr wichtig. War Fußballprofi immer dein Traumberuf oder wolltest du einmal was anderes werden? Also ich glaube, seitdem ich klar denken kann, war Fußballprofi schon mein Traum. Und da hat natürlich meine Mutter den größten Anteil daran, weil sie mich so unterstützt hat. Spielst du eigentlich gerne FIFA? Ja, wir haben jetzt so eine kleine Gruppe von Stefan Kutschke und Marcel Gauss jetzt hier im Trainingslager. Da zocken wir schon ganz gern. Wer ist eigentlich dein Lieblingsspieler? Es gibt da nicht einen bestimmten, sag ich mal. Ich gucke mir von mehreren Spielern was ab. Was bei Cristiano Ronaldo zum Beispiel die Professionalität angeht. Natürlich auch seine Leistung auf dem Platz. Ich mag auch ganz gern Kevin de Bruyne oder von früher noch Ronaldinho in seinen guten Zeiten. Ich spiele ja auch in der U11 von Ingolstadt. Könntest du mir irgendeinen Tipp geben, was ich beachten oder worauf ich aufpassen soll? Ja, was ganz wichtig ist, egal ob du viel Talent hast oder wenig, ist einfach sehr, sehr harte Arbeit. Mehr arbeiten als die anderen, als die anderen in deiner Mannschaft. Weil das ist meine Denkweise, was das angeht. Harte Arbeit schlägt Talent. Und wenn du dann auch noch Talent hast, dann kann es sehr, sehr, sehr gut werden. Danke. Ciao. Gerne.